so einen wunderschönen guten morgenslamm hier ist euer zuckerpett und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier mit games der kunst war ja jetzt die vergabe hier unser soundstudio gemacht kommt vor wir machen eine vorsetzung ich würde sagen wir machen eine vorsetzung für unser spiel die 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 ein aufbauspiel Eroberung, das ist dann Anno 1989. Wir nehmen die Engine, wir nehmen Apple, wir nehmen das Personal, wir nehmen das Nest und wir nehmen den Atari, andere gibt es noch nicht, ist sehr schön. Dann haben wir 10, 10. 06. 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 07. 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 Ja, wie gesagt, ich möchte mal anmerken, es kann sein, dass vielleicht mal jetzt Tage oder so kein Spiel kommt, also keine Folge. Das Spiel wird aktuell relativ oft geupdatet, so dass wir dann ein Problem haben mit den Aufnahmen, weil wir eben mit der Mod spielen, das ist ein klitzekleines Problemchen. So, wir kaufen nichts in Vialen. Ja. So. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Das war's.